5 Gründe, warum das neue GLC Coupé die eierlegende Wollmichsau ist. Top 1. Das GLC SUV kennt ihr schon und den haben wir euch auch schon vor einiger Zeit vorgestellt und zwar ausführlich in einem unserer Videos. Jetzt stehen wir genau hier, wo der Unterschied zum SUV ist, am Coupé an der C-Säule. Denn ihr seht hier schon, grundsätzlich ist das Auto länger geworden, 31 mm länger als der Vorgänger. 6 mm höher sogar und das zieht natürlich die Form nochmal schön in die Länge. Dazu seht ihr die auslaufende C-Säule, die hier schön in dem Spoiler-Ansatz den Auslauf findet. Habt die Heckleuchten schön integriert, die hier auch einmal durchgezogen sind und auch so typische Elemente, die ihr aus den anderen Coupés kennt. Der integrierte Mercedes-Stern hinten im Heckdeckel, der gleichzeitig der Öffner ist, als auch eben eine der Kameras trägt für die 360-Grad-Kamera. Design ist für euch ein Thema, nicht nur außen, sondern natürlich auch im Innenraum des Fahrzeugs. Das schauen wir uns im Innenraum mal an. Der Einstieg in den GLC als Coupé ist etwas höher. Nicht nur physisch, sondern auch preislich. Das liegt an der gehobenen Serienausstattung, die das Auto schon mitbringt. Aber bevor wir über Serienausstattung und die ganzen Features sprechen, lass uns erstmal auch hier über das Design sprechen und das Auge ein bisschen schweifen lassen. Ich sitze gut auf Leder-Nachbildung hier und das Ganze eben gepaart mit etwas, was wir Mikro-Cut nennen. Fühlt sich sehr gut an, ist warm beim Sitzen, auch in kälteren Temperaturen. Dazu kommen Leder-Nachbildung, respektive Leder-Lenkrad und auch hier das schöne Armaturenbrett mit der Kontrast-Ziernaht. Flugzeugähnliche Düsen, die mich hier anschauen, illuminiert von der Ambientebeleuchtung, die auch hier mit unglaublich vielen Farben oder Farbkombinationen ausgestattet ist. Das auch hier schön eingefasst in ein schwebendes Element, was hier gerade schön die Farbe wechselt. Dazu Burmester, Klang, den wir hier aus den einzelnen Boxen bekommen. Ein großes Schiebedach, was ich sehe und Sitzanlagen, wo ich hier auch so ein bisschen den Integralsitz spüre. Eben mit den Kopfstützen, die ich hier mechanisch verstellen kann, wie auch über das Memory-Paket in der Höhe verstellen kann. Klar, was ins Auge fällt, sind dann auch hier schön animiert das große Display etwas in Richtung Fahrer gedreht. Dazu mein direktes Fahrerdisplay vor mir, hier auch zu sehen, schön mit der Satellitenkartendarstellung. Also egal, wo ich hinschaue, egal was ich anfasse, ich fühle mich hier wohl. Also Design, nicht nur optisch, sondern eben auch von Haptik wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Top 2. Fahrspaß. Der neue GLC als Coupé kommt daher mit insgesamt acht verschiedenen Motorisierungen. Alle davon sind elektrifiziert. Drei Benziner und zwei Diesel mit 48-Volt-Bordnetz und drei Plug-in-Hybride. Zwei Benziner und ein Diesel. Fahrspaß ist vorhanden mit fast bis zu 400 PS und über 650 Newtonmeter Drehmoment. Und wenn ihr es effizient mögt und rein elektrisch unterwegs sein wollt, gibt es eine Reichweite von über 120 Kilometern, die wir anbieten. Das Ganze eben nicht nur durch die Antriebstechnik, sondern eben auch durch den CW-Wert, den wir in diesem Fahrzeug nochmal verbessert haben, von 0,30 auf inzwischen 0,27. Top 3. Schauen wir auf die Digitalisierung. Da gibt es eine ganze Menge zu besprechen in diesem Auto. Ihr seid alle schon Profis, ihr kennt die MBUX aus den anderen Baureihen und das ist unser Smartphone auf Rädern letztendlich, wie wir es nennen. Denn sie ist online mit Car2x Communication, mit Live Traffic, mit all den Informationen, die ihr bekommt. So könnt ihr, anders als mit dem Smartphone, einfach hier sagen, hey Mercedes, fahre mich zum besten Restaurant der Stadt. Und dann bekommt ihr eine Anzeige, wo wir eben auswählen können, wie viele Sterne das Restaurant habt und was euch daneben passt. Hier also permanent connected. Ihr könnt über die Cloud, über Mercedes me das Auto vorkonfigurieren oder eben auch Daten abspeichern. Ein paar neue Funktionen gibt es zum Beispiel auch. Vielleicht habt ihr euch mal diese braunen Schilder an der Autobahn aufgefahren. Da geht es darum, die Region so ein bisschen zu beschreiben und auf dem Schild steht da meistens eine Überschrift, wo ihr dann wisst, ah, das ist interessant hier in der Region. Wenn ihr mehr wissen wollt, sagt ihr einfach, hey Mercedes, startet den Tourguide. Dann bekommt ihr jedes Mal noch tiefer gehende Informationen dazu. Ein bisschen Entertainment zwischendurch auf den langen Fahrten, macht auch Spaß. Wenn wir weiterschauen, haben wir mittig das Display auch, wo ich mir hier schon mal die Satellitenkarte mit eingestellt habe. Wenn man so lang und viel unterwegs ist, jetzt geht es so langsam in Richtung Herbst, es wird wieder früher dunkel, freut ihr euch sicherlich, 1,3 Millionen Pixel pro Scheinwerfer mit dem Digital Light vor euch zu sehen. Und das reicht aus, um weiter auszublenden, als das menschliche Auge eigentlich schauen kann. Und das wiederum unterstützt auch das, was die Kameras hier vorne, die verbaut sind, von unseres Fahrassistenzsystemen aufnehmen. Denn dort seid ihr sicher unterwegs mit Radarsystemen, mit den Kamerasystemen, mit GPS-Positionen als auch Online-Verbindung, sodass ihr permanent a, komfortabel unterwegs sein könnt mit Distronic zum Beispiel, Spurhalteassistenten, Todwinkelassistenten, aber b, auch eben in Gefahrsituationen, wo es mal wirklich darum geht, dass alles heile bleibt, Pre-Safe-Impulse-Seite zum Beispiel inzwischen nutzen könnt, was auch an dieses Auto integriert ist. Dazu kleine Helferlein, die auch neue Features sind hier in der Generation, sodass die Kameras zum Beispiel auch rote Ampeln erkennen oder Stoppschilder und euch warnen, wenn ihr nicht automatisch langsamer wärt. Insofern denkt das Auto für euch mit und ihr habt permanent ein gutes Gefühl. Top 4 Typischer Mercedes-Fahrer, seid ihr Menschen, die gerne Komfort mögen. Und einen neuen GLC als Coupé in diesem Fall, kommt zum Beispiel Sitzheizung schon mal serienmäßig mit dazu. Dazu eine Mittelkonsole, USB-C-Ports, um eure Telefone zu laden, respektive dann auch die Medien abzuspielen. Dazu induktives Laden, ebenfalls Serie. Cup-Holder, wie wir sie hier sehen, bewegbar, auch Serie. Was gibt es sonst noch Serie? Eine ganze Menge. Das große Display zum Beispiel. Und auch der Parkassistent ist Serie, in Kombination sogar mit einer serienmäßigen Rückfahrkamera. Wir bleiben am Heckdeckel, denn auch die Easy-Pack Heckklappe, die automatisch hoch und zufährt und auch programmierbar ist auf der Höhe, ist ebenfalls Serie. Darf es noch etwas mehr Komfort sein? Natürlich, in der Preisliste findet sich noch so einiges an Sonderausstattung. Zum Beispiel Akustikverglasung. Serienmäßig haben wir eh schon einen Layer eingearbeitet in die Windschutzscheibe, damit ihr eben weniger mitbekommt von der Außenwelt, also Windgeräusche und alles, was dazu gehört. Und optional gibt es das Ganze für die Seitenscheiben dann ebenfalls. Wenn wir schon von Luftstrom reden und auch von den Verwirbelungen der Akustik, können wir auch über das Luftfahrwerk reden. Die Amatik optional für dieses Auto zu haben, logischerweise, damit eben dieser komfortable Ride, den ihr bekommt, sodass ihr auch kein Knarzen oder keine Rückmeldung von der Autobahn, von den einzelnen Schwellen bekommt. Das macht das Reisen wirklich sehr, sehr komfortabel. Findet ihr das noch Luft nach oben? Und sowas von. Mit dem Panoramaschiebedach, wie ihr seht, sogar größer, 6 cm weiter zu öffnen, als bei der SUV-Variante. Das wieder geschlossen, gibt euch einen schönen Klangkörper und damit könnt ihr die Luft zum Vibrieren bringen, und zwar mit der Burmesteranlage, die wir haben, mit insgesamt 710 Watt und 15 Lautsprechern, die hier im Auto verteilt sind. Top 5 Allein im letzten Jahr, 2022, hat sich der GLC insgesamt 343.000 Mal verkauft. Deswegen geht das letzte Top 5 an euch, an euch GLC-Fans da draußen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was eure Highlights zum GLC sind. Wenn ihr noch mehr Futter braucht, gibt es noch eine Link-Beschreibung da oben zu einem Video, was wir schon gemacht haben mit dem SUV. Und da findet ihr weitere, tiefere Informationen zu dem Auto. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne Likes da, als auch Kommentare, wenn wir es verbessern können, ganz genauso. Deswegen freuen wir uns auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Beresa.